Wie hast du dich von uns ausgewählt, weil ich sehr viel im Internet gelesen habe und ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es ist alles reiblichlos abgelaufen bis jetzt. Nicht so lange war die Zeit, sehr nett ist Personal, also ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank.